Also bevor das große Finale jetzt beginnt, muss das Ding noch schön poliert werden. Also, los geht's. Und damit herzlich willkommen zurück in den 80ern. Genauer gesagt 1989, denn wir sind endlich am Finale angekommen. Das große Finale der ersten Piratenwelle von 1989, heute mit dem ikonischsten Piraten-Set überhaupt, würde ich mal so frech behaupten, der Black Seas Barracuda, die 62,85. Es hat lange gedauert, jetzt sind wir hier. Wir haben sie aufgebaut, wir haben sie in bester Condition. Ja, genau, wie wir sie herstellen konnten, für euch aufbereitet. Wir haben natürlich auch die OVP da liegen, wir haben hier witzigerweise noch ein paar Teile der OVP liegen. Anleitung alles dabei, Minifiguren alles dabei, aber wir sitzen hier zu zweit. Das Ding ist relativ groß. Das Ding hat einen relativ großen Karton, alles gleichzeitig können wir mal nicht zeigen, aber wir gehen schön der Reihe durch. Wir machen noch einen kurzen Ausflug, so quasi, was bisher geschah. Ja. Weil, wenn ich jetzt sage, wir sind am Finale angekommen, was heißt das? Vielleicht ist der eine oder andere da draußen dabei, der noch nicht die gesamte Reihe gesehen hat. Da gibt es eine Playlist unten in der Beschreibung. Da ist die ganze Welle drin. Angefangen vom kleinsten Set bis jetzt hierhin zum größten. Zuletzt hatten wir euch das Gouverneurskastell zusammen gezeigt. Und davor bin ich alle Sets der Reihe durchgegangen. Inklusive solcher Sachen wie dem Comic. Ja. Der Schatz der halben Münze, hieß der, glaube ich. Auch sowas ist dabei gewesen. Oder wir haben sogar einen kleinen Ausflug gemacht in das Brettspiel, was es damals gab. Da haben wir hier gesessen. Ultraseltes Brettspiel. Das kennen von euch nur 90% gar nicht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gezeigt. Ja, und wie gesagt, heute sind wir hier. Und weil das eben so ein großes Set ist, Basti auch eine Geschichte dazu noch erzählen kann, haben wir das mal wieder in bester Tag-Team-Manier zusammen gemacht. Und wollen euch das näher bringen. Richtig. Ich würde sagen... Wir fangen mit der Box an, oder? Ich stelle das mal hier ganz kurz beiseite. Ja. Und wir fangen mal mit der Box an. Diese schöne Box. Achtung, das ist erstmal nur der Deckel. Hier drüben ist noch die Box. Ihr seht mich gar nicht. Hier drüben ist noch die Box mit allen Innenkartons und Blistern. Da gucken wir dann auch noch rein. Das ist nahezu fast so das Feeling, als hättest du es original aufgemacht. Kommt dann gleich. Wir gucken uns jetzt erstmal diese Box an. Diese Box ist ungemein groß. Ich habe dieses Set tatsächlich, lasst mich lügen, ich glaube zum 12. Geburtstag bekommen. Wenn ich noch ein paar Fotos finde, blende ich die gerne ein. Und ich hatte damals das Gefühl, das ist ein riesengroßer Karton. Ich hatte niemals zuvor so einen riesengroßen Lego-Karton in der Hand. Und es war für mich der Oberflash. So. Lange gewünscht. Immer wieder gewünscht. Und dann bekommen. Und ihr seht ja auch, da passiert einiges auf dem Cover. Das ist ideal für kindliche Imagination. Das ist übrigens hier so ein Deckel. Bei diesen größeren Sets ist es so, dass die dann sozusagen auf den Innenkarton draufgeschoben werden und dann mit diesen Laschen festgemacht werden. Und was es eben auch gab damals, warte mal, ich lege das mal hier kurz so hin, war natürlich eine große Klappe. Und hier konnte man dann schon reingucken durch die Sichtfenster. Vier Sichtfenster konnte man in das Innere reingucken. Hat die Blister schon gesehen. Besondere Teile schon gesehen. Gucken wir uns, wie gesagt, gleich an. Und es ist so schön designt mit dieser Schatzkartenoptik. Es ist einfach wirklich toll. Diesen Karton habe ich übrigens nachgekauft. Mein Originalkarton aus der Kindheit, der ist zu Andi gewandert. Der hat also auch noch einen Karton dazu. Weil ich die Chance hatte, letztes Jahr dieses Set wirklich komplett mit Blistern, allem möglichen, nochmal zu bekommen. So. Ja. Die Frage ist, ob man das noch irgendwie näher rankriegt an euch. Wahrscheinlich wird das ein bisschen eng. Es gibt übrigens dann zeitnah auch irgendwann noch einen Blogbeitrag bei uns auf steckkasten.de. Und da sind natürlich alle Bilder von diesem schönen Karton nochmal detailliert drin. Da gibt es auch eine Menge anderer Piraten-Reviews. Also es lohnt sich, darüber zu schalten. Und Andi, ich würde sagen, hier oben steht übrigens groß noch Legoland. Ja, das ist ja auch ganz typisch. Und jetzt würde ich sagen, Andi, gehen wir mal in den Innenkarton rein. Genau. Und da hat man so ein bisschen so die Herausforderung, wenn ich das jetzt ankippe, würde das wahrscheinlich alles rausfallen. Ihr seht aber, da sind eine ganze Menge Sachen drin. Und ich würde sagen, wir filmen das jetzt mal aus der Ego-Perspektive. Willst du mal dein Handy schnappen? Dann können wir nämlich mal gucken und den Leuten mal so ein bisschen vermitteln, wie das damals war. Bei meiner Originalbox damals sind die Innenkartons dann alle weggeflogen. Weil für mich war das einfach nur Pappe und Plaste. Aber der Vorteil von diesen Innenkartons und diesen Blistern ist, dass die Teile wirklich sehr, sehr gut aufgehoben sind. Das hat Lego ziemlich clever gemacht damals. Ja. Dann, ich würde sagen, Feuer frei. All right. Peoples. Dudes und Dudetten. An Deck. Also ihr seht hier zwei Innenkartons. Ihr seht hier zum Beispiel noch so ein Material, so ein bisschen Pappe, damit das nicht so sehr verrutscht. Ihr seht hier den einen Blister. Da sind auch Figuren drin, Fahnen drin und so weiter. Hier waren übrigens diese Goldstücke drin. Aber allerdings zusammen gemacht. Die sind jetzt natürlich auseinander. Hier unten ist ein weiterer Blister. Es ist ein bisschen schwer noch zu rekonstruieren, was hier drin war. Das ist übrigens die Galionsfigur. Haben wir jetzt erstmal freigelassen. Hier übrigens, solche kleinen Sachen fallen dann einfach gerne mal raus. Dann hast du hier noch den anderen Blister. Ich hebe das mal ganz kurz ab. Und in dem anderen Blister, der ist, wie gesagt, ziemlich breit, sind alle Teile für den Schiffsrumpf drin. Also hinten ein Teil, drei mittlere Teile und das vordere Teil. Hier ist übrigens noch das lange Band. Wir kommen nachher noch zu den Teilen, die ein bisschen was kosten. Das lange Band gehört auf alle Fälle auch dazu. Das lange Band kostet nämlich 10 Euro. Also ab 10 Euro bei Bricklink, bei deutschen Bricklink-Händlern. Ja, und dann können wir diesen Blister auch nochmal abnehmen. Und dann seht ihr hier drunter natürlich so einen normalen gelben Karton. Hier unten ist übrigens die Anleitung. Hier ist noch mehr Polstermaterial. Also das haben die wirklich richtig gut durchdacht. Hier sind Mastenteile und hier sind Segel, die auch ein bisschen was kosten. Und hier diese Teile, diese Kartons, die kann man natürlich auch noch aufmachen hier oben über so eine Lasche. Und ich habe da jetzt, ich konnte nicht mehr 100%ig rekonstruieren, wie das da drin war. Ich habe das so ein bisschen farblich sortiert. Ja, und das ist der Innenkarton. Und Andi, wenn du jetzt noch vielleicht die Rückseite zeigen möchtest, denn du hast ja die Rückseite nochmal in zerschnippelter Form. Genau. Und jetzt gucken wir mal auf die Rückseite. Die Rückseite ist natürlich hier drunter, aber wenn ich das jetzt hochhebe, fällt alles raus. Andi hat nämlich irgendwann mal so ein zerschnippelter Form. Nee, nee, du hast ja gerade gesagt, ich habe deinen aus der Kindheit. Und weil ich das so zu schätzen weiß, habe ich den zerschnitten. Ja, genau. Nicht. Ja, nee. Ich habe das Mindset ohne OVP quasi in einem Konvolut gekauft. Wo, witzigerweise, den Ausflug machen wir jetzt mal kurz, die Caribbean Clipper war da dabei, das war da dabei. Und vom selben Verkäufer kamen damals dann auch noch einige der Eisenbahn-Sets, die wir uns schon angeguckt haben. Ja. Du hast das ein oder andere Set auch noch mitgenommen. Das war alles damals über den Thomas. Thomas, viele Grüße. Der hat den Kontakt hergestellt. Ich halte die eh gleich in die Kamera. Das macht sich besser, oder? Ich mache das. Warte mal, du rekonstruierst den Karton gerade. Aber erzähl ruhig weiter, während ich hier rekonstruiere. Und da lag das dabei. Also wahrscheinlich in Kindheitstagen einfach zerschnitten, weil, anders als in der Klappe, sind hier Alternativmodelle gezeigt. Genau. Ich greife jetzt einfach mal was raus. Wie hier zum Beispiel. Erstmal sehen wir hier dieses wunderschöne Boxart-Design hinten von der Rückseite hier oben mit dieser Schatzkarte. Dem Kompass, alles da. Ja, das ist quasi ein kleineres Schiff, was wie an so einem Trockendock liegt, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, ja. Auch sehr, sehr cool. Das sind natürlich alles alternative Bauvorschläge, die keine offizielle Anleitung dazu haben. Und das sind alles etwas größere. Das macht es nicht gerade einfacher. Das dürfte sogar das Gleiche sein, nur nochmal aus einem anderen Winkel. Also fürs Handling ganz gut. Definitiv. In dem Moment, als das passiert ist, als Liebhaber, würde ich mich jetzt nicht zurückversetzen wollen. Das ist, glaube ich, wie für manche Leute dieses Geräusch von Fingernägeln auf einer Tafel. Ja, ja, ja. Hier noch eine kleine Spielszene umgebaut. Aus, mit diesen Kanonen. Auch sehr schön. Mit der Schnippfunktion. Mit der Schnippfunktion, die es ja nur in Europa so gab. Das wurde uns ja schon mal gesteckt. Das gab es in den USA nicht. Da sind die quasi fix blind. Ja. Ja, die gehen da nicht. Dann haben wir hier nochmal. Abgefahren. Die haben zwei Münzen in der Hand. Eine kleine Piratenszene, wo die Piraten auch mitunter zwei Münzen in der Hand halten. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die zwei Münzen passen. Aber irgendwie ergibt es auch Sinn. Ich dachte, es passt eine nur. Aber das müsste man... Anscheinend geht das auch so. Ja. Das dürfte... Nee, das ist eine andere Szenerie. Nee, das sieht mir so ein bisschen aus wie so eine kleine... Hafenkneipe. Hafenkneipe slash Gefängnis aber auch. Ja, okay. Und wir haben hier auch... Wie hieß das? Spinoza. Der Affe hieß Spinoza. Ja, ja, ja. Großartig. Der Affe Spinoza und der Papagei. Hier ist es ja wirklich ein Papagei, kein Falke. Poppy. Poppy ist sein Name. Ah. Ich hätte es nicht mehr sagen können, ehrlich gesagt. Ich habe das auch nur noch im Sinn, weil doch die Texte bei dem Spiel dabei waren und da stand immer Affe Spinoza und Poppy, der Papagei. Hier nochmal, auch mit in den Einsatz gekommen, dann die Segel. Sehr cool. Wirklich sehr schön. Ja, und das bildet quasi die Rückseite der OVP. Es ist alles da. Es lässt sich sogar noch zusammensetzen. Es lässt sich quasi auch die unter den Bildern befindliche Schatzkarte so ein bisschen rekonstruieren. Ich habe das halt so. Also ich habe quasi, sagen wir mal, ein und eine Drittel OVP. Ja, ja, ja. Genau. Kleiner Exkurs. Ich überlege, ob wir ganz kurz mal über den Preis reden. Du kannst ja die Blacksys Barracuda nochmal reinschieben, denn das Preisthema ist vielleicht auch ganz gut. Oder? Die hat übrigens bei Bricklink den Beinamen Darkshark. Das habe ich auch gesehen. Ja, genau. Also grundsätzlich, ich habe jetzt mal geguckt bei Ebay bei tatsächlichen Verkäufen. Da legst du für dieses Set ohne Box, also das Set nur mit Anleitung, meistens so ab 150 Euro hin. Ich habe aber gesehen, 150 Euro ist wahrscheinlich aktuell noch ein günstiger Preis. Die geht auch manchmal für 170, 180, 200 Euro weg. Nur das Set mit Anleitung. Ich habe auch gesehen, dass teilweise über 200 weggeht. Also es zahlt auf das Konto ein. Es ist das ikonischste Piratenset überhaupt. Und das erste Schiff, das ist das allererste Piratenschiff von Piratenschiff. Das stimmt. Wenn du das mit Box haben willst, bist du dann deutlich höher. Da kannst du so rechnen, ab 300 Euro. Es gibt auch Leute, die geben 400 Euro mit Box aus. Dann ist natürlich auch immer entscheidend, ob da die ganzen Innenkartons drin sind, die meistens nicht dabei sind. Ich habe jetzt auch gesehen, vor kurzem ist für 270 eins mit Box weggegangen. Also da kannst du auch mal Glück haben. Aber normalerweise ab 300. Die teureren Teile wollen wir die... Die gehen wir jetzt gleich mal durch. Die gehen wir jetzt gleich durch. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht, weil das kann man sich alles gar nicht richtig merken. Und ich gehe das mal zügig durch, damit ihr mal so ein Feeling dafür habt, was hier so die teuersten Teile sind. Und eine Sache vorweg, es gibt ein Teil, was sehr, sehr klein ist und das ist das teuerste Teil. Das kostet ab 20 Euro. Und da solltet ihr unbedingt darauf achten, dass das dabei ist. Eine Sache vorweg, ich habe bei Bricklink geguckt und zwar bei deutschen Händlern. Und habe immer versucht, jetzt nicht die allerschlechteste Qualität zu nehmen. Wir reiten da jetzt mal schnell durch. So, ganz oben steht bei mir das Steuerrad. So, Andi versucht euch das gleich mal zu zeigen. Ich nehme es mal ab. Weil manche Sachen lassen sich einfach... Das Steuerrad kostet meistens so ab 80 Cent ein Euro. Das bricht auch gerne mal ab. Ich hatte bei meinem Original-Set auch das Thema, das dann auch mal abgebrochen am Spielen. Der Anker, der hier vorne dran ist, das kann man übrigens auch ausziehen. Der Anker kostet normalerweise auch so ungefähr ab ein Euro. So, dann typisch für ein Schiff ist, natürlich sind die Masten. Da gibt es ein Base-Teil unten, ein mittleres Teil und ein oberes Teil. Übrigens, das obere Teil, das kann man hier auch vorne festmachen. Das ist übrigens auch ein oberes Teil. Das ist hier vorne aufgenommen. Variabel. Da kostet die Base, kostet ab so 1,40 Euro. Das mittlere Teil ab 1,50 Euro und die Mastenspitze ab 3 Euro. So, kannst du dir auch kurz mal durchrechnen, was allein die Masten kosten. So, dann haben wir hier drei verschiedene Arten von Fäden an dem Set. Wir haben einen sehr langen Faden. Der ist auch ein bisschen dicker. Der ist auch hier, das Ende ist oft rumgewickelt, weil der ist nämlich 1,25 Meter lang. Der kostet ab 10 Euro. Wenn man ihn natürlich original haben will. Ja, man kann das natürlich auch in irgendeiner Form nachbauen. Ich spreche jetzt immer von, wenn du es original haben willst. Du kannst ja mal ganz kurz nochmal... Ich weiß nicht, ob man es einfangen kann. Ich glaube, das wird schwierig. Aber weißt du, was man machen kann? Um zu beweisen, dass er da ist, wie muss er dran hängen. Genau, richtig. Der ist wirklich... Der erstreckt sich von hier vorn, hier durch das erste Segel durch, gewunden nach hier oben, nach hinten, nach ganz hinten runter und ist da noch gewickelt. Und man kann den auch hier so ein bisschen über diese Hinge dann noch ein bisschen fixen und straffen. Hier, das geht an der Stelle, das geht an der Stelle hier. Hier vorne ist er fix. Also hier über diese drei Punkte hier hinten kann man den so ein bisschen spannen. Genau. So, und dann gibt es noch einen Faden, der ist 50 Zentimeter lang. Der ist nämlich an dem Boot. Der ist nicht ganz so dick. Der bammelt so rum. Da gucke ich nochmal kurz auf mein Zettelchen. Der ist 35 Zentimeter, der kostet ab 4 Euro. Und dann gibt es noch einen Faden, der ist 50 Zentimeter. Der ist tendenziell ein bisschen dünner, wenn das der Originale ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das der Originale ist. Aber die dünnen waren auch so. Die Medium-Fäden, die sind ja wirklich geflochten, das sieht man. Ja. Die dünneren sind auch geflochten, aber viel, viel feiner, das sieht man schon gar nicht mehr. Hier sieht man mit bloßem Auge ja das Geflochten. Das hier sieht ein bisschen aus wie ein Nägern fast sogar. Ja, also der kostet Original von Lego so ab 1,40 Euro, 1,50 Euro bei Bricklink gesagt. So, und dann geht es weiter. Dann sind wir ja, wir sind im Schiffsbereich. Das heißt, du hast ein Frontstück. Das habe ich euch ja vorhin schon kurz gezeigt. Ein Frontstück, dann hast du drei mittlere Stücken und ein hinteres. So, da ist es so, dass die Front kostet ab 2,50 Euro. Das mittlere Stück ab 4 Euro und das hintere Stück auch ab 4 Euro. Die mittleren Stücke sind tendenziell wahrscheinlich ein bisschen begehrter, weil du kannst damit natürlich auch Schiffe verlängern. Ja. Das heißt, wenn du da was mockst, brauchst du eigentlich immer nur eine Front und ein Poppes. Und zwischendrin kannst du es dann beliebig verlängern. Das heißt, wie gesagt, der Markt ist dann eher so, dass du versuchst, also dass der Markt eher nach vielen Mittelstücken verlangt. So, genau. Dann haben wir hier noch diese, ich nenne das immer Strickleitern an der Seite. Ich glaube, aber da gibt es einen anderen Fachbegriff. Genau, die kosten ab 4 Euro das Stück. Und da sind auch 4 drin. Da sind wir schon wieder bei 16 Euro. Das sind die langen. Da gibt es nämlich lange und kurzer. Ach, da gibt es lange und kurzer. Genau. Aber hier sind nur die drin, ne? Ja. Ja, genau. Dann Kanonen. Hier sind 4 Kanonen an Bord. So eine Kanone, da kostet nur das Oberteil, also das Graue mit der Schnippfunktion ab 1 Euro. Bist du bei 4 auch dann schon bei, was hatte ich gesagt? 1 kostet 1 Euro, bei 4 auch schon bei 4 Euro. Segel. Segel sind auch so ein Thema. Du hast hier drei verschiedene Arten von Segeln. Du hast die oberen Segel, du hast die unteren Segel und du hast ein Frontsegel, dieses dreieckige. Das dreieckige Segel, was habe ich hier geschrieben? Dem Segel vorn kostet 14 Euro, also ab 14 Euro. Gute Nacht eigentlich. Das Segel unten ab 8 Euro und das oben ab 12 Euro. Ich habe jetzt bei Bricklink auch gesehen, da werden auch Originalsegel verkauft, denn das obere und das untere war meistens oder war immer zusammen. Das musste man auseinanderschneiden. Mal gucken, vielleicht finde ich auch noch ein Bild. Das kostet, glaube ich, über 50 Euro, wenn du das Original noch zusammen haben willst. Man sieht auch hier noch eine Mini-Schnittkante. Das werdet ihr nicht sehen. Aber in der Anleitung, da gehen wir gleich dann als nächstes drauf ein, da ist es auch zu sehen, dass man es ausnahmschneiden soll. Das heißt, die waren wirklich so zusammen und dann cut, cut, cut. Gibt natürlich auch Replika-Segel. Ja. Es gibt auch einen Unterschied zu den Segeln aus der Barracuda Bay. Da hast du ja ein Video gemacht. Genau, die sind nämlich hinten nicht farbig. Richtig. Video unbedingt mal checken. Da geht Basti darauf ein. Mit Replika-Segeln habe ich selbst keine Erfahrung. Gibt es vermutlich auch so und solche. Ja. Kann man sich vielleicht auch selber was bauen. Wir müssen mal ein bisschen rum experimentieren. Weil das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Billigtischdecke. So Stoff. Ja. Die kleinere Fahne ist ein bisschen günstiger. Die gibt es manchmal schon für ein paar Cent. Aber die größere, die kostet halt auch mal 1, 2 Euro. Ich habe jetzt aber gesehen, manchmal werden die ab 2 Euro bei Bricklink angeboten und haben dann kaputten Clips. Ja, das ist ja die Clips-Thematik immer. Du kannst eigentlich sagen, wenn du es wirklich mit allen Clips haben willst, bist du eher bei 4 oder 5 Euro für die große Fahne. Aber ich sage es halt nur der Vollständigkeit halber dazu. Nicht, dass ihr euch wundert, ihr geht bei Bricklink rein. Die gibt es ja schon für 1,50 bis 2 Euro. Guckt da mal genau hin. Da sind meistens vermerkt Clips abgebrochen. Auf die Clips achten und der Premium-Tipp schlechthin. Wenn ihr die alten habt, tut uns, euch selbst, jedem Vintage-Lego-Fan da draußen gefallen, klipst die nicht so an, schiebt sie von oben auf. Ja, das ist deutlich besser. Zehnmal einfacher, da gibt es keinen Stress auf die Clipse, weil dabei brechen sie weg. Schiebt es auf. Vielen Dank nochmal an Unbekannt. Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Ein Zuschauer hat mir damals den Tipp gegeben in einem dieser Videos und hat gemeint, um Himmels Willen schiebt die drauf, klipst sie nicht dran. Seitdem mache ich das so. Hier teile ich euch das Wissen nochmal mit. So, jetzt kannst du den Leuten mal diese Scheiben zeigen. Ich hatte das nämlich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Da sind an jeder Seite zwei und ich glaube, hinten sind auch noch vier. Also haben wir insgesamt acht. So ein Ding kostet ab 80 Cent. Geht ins Geld. Vielleicht auch ein Euro. Das heißt, für diese Scheiben bezahlst du dann schon acht Euro. Ja, so. Und jetzt kommen wir zu zwei gelben Teilen, die nur in diesem Set vorgekommen sind. Wir fangen mal mit dem hier hinten an. Das kannst du, glaube ich, sogar abklipsen. Ich war immer der Meinung, das ist ein Fabulant-Teil. Das erinnert mich voll an Fabulant. Ich habe aber jetzt mal geguckt, dieses Teil gibt es in Gelb in der Art wirklich nur in diesem Set. Und es wurde in diesem Set auch erstmalig veröffentlicht, dieses Teil. Also es hat mit Fabulant nichts zu tun, aber mich hat es daran erinnert. Aber dieses Teil, dieser Brick, kostet ab zwei Euro und da sind zwei drin. Ich habe jetzt auch bei Ebay gesehen, da bieten welche das für fünf Euro pro Stück an. Also du müsstest auch mal ein bisschen aufpassen. Und jetzt kommen wir zum teuersten Teil. Und da sind wir vorne bei der Galleonsfigur. Da ist hier hinten nämlich so ein kleiner Slope. Moment, ich kann, glaube ich, die Galleonsfigur abnehmen. Genau. Da ist so ein kleiner Slope, extrem unauffällig. Also ich bin da erst, die erste Galleonsfigur genau, ich bin da erst drüber gegangen, als ich bei Bricklink bei den Teilen geguckt habe, bin dann aber nochmal rein, einfach aus Interesse, ob das, keine Ahnung, selteneres Teil ist. Das gibt es in Gelb nur in diesem Set. Das kostet ab 20 Euro, dieses Ding, dieses kleine Ding. Liegt wahrscheinlich daran, dass es das nur in dem Set gab und dass das tendenziell wahrscheinlich schnell weggekommen ist. Du kannst die Galleonsfigur natürlich auch verwenden ohne das Teil da hinten dran. Aber das sollte man wissen. Also wenn man jetzt Sammler ist und will das wirklich original haben, das sollte dabei sein. Wenn du das nachkaufst, wird es schwierig. Das kann aus einem ganz guten, vernünftigen Deal mal eben einen Deal mit Beigeschmack machen. Richtig. Und ihr seht, ich habe das jetzt alles nicht durchgerechnet, aber da kommen Summen zusammen, schon für die Teile, die ich jetzt genannt habe. Kurzer Abstecher. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Anleitung an. Genau. Und dann gucken wir natürlich auch noch mal auf das Schiff. Das hat natürlich auch ein paar lustige Spielfunktionen und es hat mich sehr begeistert als Kind. Ich habe sehr viel damit gespielt. Wer hätte es gedacht, die ist natürlich wieder flach wie eine Flunder. Ja. Zeigt auf dem Cover, das gleiche Cover wie die OVP. Sehr, sehr schön. Auf der Rückseite, die müssen wir jetzt hier einmal so drehen. Und dann nochmal drei der gleichen Bilder, die wir euch eben bei der OVP schon gezeigt haben. Und dann geht es straightforward los mit den ganzen, es sind acht Stück, acht Minifiguren, die hier drin sind. Das kam mir damals als Kind übrigens sehr viel vor. Es ist auch heute, nach heutigem noch sehr viel, wobei ich jetzt gestern durch Zufall gesehen habe, mit Metro Liner sind es elf. Ja, das ist krass. Von Blackbeard über ein paar seiner Handlanger. Eine Piratin ist mit dabei. Wir starten dann, das zeige ich euch mal, da haben wir das gleich aus dem Weg, mit dem Boot. Das ist ja natürlich das Formteil hier. Das 35 Zentimeter Bindfädchen nochmal dran. Hinten eine Piratenfahne, zwei Sitzbänke. Ihr kennt das. Da haben wir das schon mal erledigt, können wir das beiseite tun. Und dann geht es hier los im Landscape-Modus, baut man dann den Rumpf zusammen und arbeitet sich dann Schritt für Schritt durch. Und wenn man dann einmal den Rumpf hat, dann baut man da drauf und drin das Innenleben. Dann kommen irgendwann Plates, die für Stabilität sorgen und natürlich dafür, dass das Deck so halb zu ist. Es ist halb zu, halb offen. Das sieht man hier ganz gut. Und dann baut man auch hinten diese Kajüte vom Kapitän, die auch auf Hinges befestigt ist. Die kann man aufmachen, nach oben wie nach hinten. Und hier ist übrigens nochmal so ein Base-Teil zu sehen. Was hast du vorhin gesagt? 4 Euro? Von dem Mast? Ich gucke nochmal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel. Die Base kostet ab 1,40 Meter. Hier ist übrigens nochmal ein 35 Zentimeter Faden verbaut für den Anker. Stimmt, vielleicht sind auch zwei davon drin. Hier kommt dann die Gallionsfigur und hier geht es dann in die Höhe mit den restlichen Mastteilen. Und dann hat man nach 28 Hauptbauschritten, das ist sehr cool, das erinnert mich wie diese Doppelseite in Comicbüchern in der Mitte meistens, wo die größte Action ist. Das ist eine Doppelseite, Schritt 28, hat so ein bisschen Poster-Vibes, ist das dann fertig. Und hier ist auch nochmal der Hinweis, dass man es wirklich auseinanderschneiden musste. Und 28 Bauschritte klingt nicht wirklich viel, aber wenn ich mich zurückerinnere als Kind, ich saß den kompletten Vormittag. Ich glaube morgens habe ich, ja morgens, ja klar, Klassiker, morgens kriegt man die Geburtstagsgeschenke. Und ich glaube bis zum Mittagessen habe ich gebaut. Man muss dazu sagen, fast jede Seite hat einen Subbauschritt. Wenn du dir den Subbauschritt anguckst, da können auch mal 10 Minuten ins Land gehen. Also das ist schon richtig, richtig cool. Es ist auch schön, das Schiff einfach so zu sehen. Die Figuren sollten wir vielleicht vorher noch angucken. Da ist, kann man grundsätzlich sagen, jede der Piratenfiguren ist so meistens zwischen 1 bis 2 Euro. Der Kapitän ist, soweit ich mich erinnern kann, so ab 5 Euro. Und ich glaube die Kapitänsfrau so ab 4 Euro in der Regel zu bekommen. Die haben wir, sehr, sehr cool. Und dieser Kopf von der Piratenfrau wird übrigens vorne bei der Galionsfigur auch nochmal verwendet. Ah, genau. So, und dann flippen wir das Ganze hier. Und was hier auch auffällt ist, du hast extrem viele ähnliche Torsos. Lego versucht das dann eben durch eine Variation mit verschiedenen farbigen Beinen, verschiedenen farbigen Hüten und so weiter oder hier so Tüchern noch ein bisschen zu variieren. Das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr schön. Ist ein bisschen ein Vorteil, wenn ich so an die Ritter der 80er Jahre denke. Da hattest du einfach 10, 12 sehr ähnliche Ritter und hier hat Lego versucht ein bisschen Variation reinzubringen. Aber hier kommt es ja auch durch die Gesichter. Wir vergessen mal bitte nicht, es ist das erste Mal, dass ein nicht Standard Classic Gesicht zum Einsatz kam. Und wir haben hier in dem Set allein drei verschiedene Köpfe. Der Käpt'n, die Dame und dann vier sogar. Und dann zwei verschiedene, hier sieht man es nochmal, zwei verschiedene Arten der Besatzung. Einmal mit eher Stoppelbart, einmal mit Schnauzer und Stoppelbart. Übrigens, Andi hat hier frecherweise die Grundplatte von der 6260 verwendet. Genau. Shipwreck Island haben wir auch schon Video gemacht. Oder Saber Island. Oder Saber Island. Hat die gleiche Grundplatte. Saber Island hat die gleiche Grundplatte, stimmt. Genau. Richtig. Und die dann nochmal in der Nummer größer im Piraten-Nest. Wo, glaube ich, auch die kurze Tagellage mit vorkommt. So, jetzt fahr mal das Ding rein, würde ich sagen. In voller Pracht. Also es ist auch wirklich, guck mal, wenn ich das hier so hinhalte, fällt es oben schon aus dem Bild. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich kann so ein bisschen aus meiner eigenen Erinnerung berichten, dass ich sehr, sehr gerne mit den Kanonen gespielt habe. Absolut verständlich. Die verstecken sich hier unten hinter diesen großen Dingen. Ich fand das mit diesen Klappen auch total toll. Die kannst du dann so rausschieben. Ich habe mit dem Anker gespielt, den habe ich rausgelassen und auch wieder reingedreht. Ich habe hier, gibt es die Spielfunktion, dass du die Schatzkiste hast mit diesem, ja, sehr, sehr rudimentären Kran. Aber da kann man auch eine ganze Menge machen. Die Planke, die da noch dran ist, die wird so an der Seite befestigt. Die habe ich auch genutzt zum Spielen. Da wurde dann nämlich der ein oder andere Pirat, der versucht hat zu meutern, wurde dann sozusagen über Bord geschickt. Gibt es sogar ein Bild? Es gibt da ein Bild von. Gibt es bei dem Set nicht sogar ein Hai dazu? Ich muss jetzt glatt mal gucken. Hast du einen da? Nee. Ich bilde mir nämlich, aber es kann auch sein, ich hatte ja auch das Shipwreck Island. Ich muss mal gucken. Ich glaube, da ist kein Hai dabei. Aber ich habe nämlich, da hatte ich ein Hai, aber durch diese kleine Pirateninsel, da habe ich immer da so ein Hai kreisen lassen um das Schiff und der Pirat, der da gemäutert hat, der musste dann leider über Bord gehen. Der ist dann Haifischfutter geworden. Das heißt, diese Planke, ist ja einfach nur eine Plate, war für mich ein Spielfeature. Absolut. Dann konnte man natürlich immer hier hoch auf den Ausguck, dann hatte man den Affen, der immer irgendeinen Quatsch betrieben hat, der hat da mal was geklaut, hier mal was geklaut. Also hier oben konnte man an dem Rad so ein bisschen drehen und konnte hier hinten natürlich das Ruder so ein bisschen bewegen. Das war in keinster Form verbunden miteinander, aber man konnte das spielen. Und dann gibt es natürlich, hat Andi schon angesprochen, diese Kajüte und die kannst du über zwei Möglichkeiten öffnen. Genau, hier hinten diesen Hinge einfach nach oben und dann kann man das hier runterklappen. Genau. Dann kann man schon ein bisschen reingucken. Da sieht man zum Beispiel noch eine Schatzkarte. Es geht dann aber auch, indem man das hier oben hoch macht. Da muss man aber den Papagei jetzt hier mal wegnehmen. Das hat mir gestern auch schon passiert. So, dann klappt man das hier hoch und dann kann man quasi, jetzt muss ich gucken, dass nichts passiert, kann man da auch von da oben reinschauen. Es ist halt sehr simpel eingerichtet. Wir blenden euch nochmal ein Bild ein von der Einrichtung, die wirklich spartanisch ist. Da ist eine Truhe drin, da ist die Schatzkarte drin und dann hat man hier rechts wie links nochmal von den kleineren runden Türen vier Stück, rechts wie links jeweils zwei, so ein paar, wo man dann auf Deck gehen konnte. Und dann hat man natürlich hier hinter so ein paar Hinges, die man hier öffnen kann, hier unten und da und dasselbe auch weiter hier vorn, nochmal die Möglichkeit so ein bisschen unter Deck zu gehen. Ja, da ist mir als Kind allerdings manchmal was reingefallen und dann habe ich es nicht wirklich wieder rausgekriegt. Das ist halt wirklich sehr kleinteilig, selbst für Kinderhände ist das ja sehr, sehr kleinteilig. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so sehr zum Bespielen gedacht. Ich stelle das immer so zwischen uns, sieht nämlich auch ganz gut aus. Stimmt. Es ist halt, ja, man kann das machen. Da unten ist wenig Platz. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da anfangen sollte. Ist übrigens sehr witzig. Da sind diese Plate Modified mit C-Clip drin, um die aufzuhalten. Ja, um die Klappen zu halten. Genau. Ja, genau. So, das ist, das finde ich auch ziemlich cool. Ja, an sich wirklich verhältnismäßig bricky noch. Du siehst hier wirklich sehr, sehr viele Noppen. Ähm, und, ähm, ich fand das, dieses, dieses Farbschema fand ich als Kind total cool. Äh, dieses Gelb war für mich fast so ein bisschen Gold, dann hast du dieses Schwarz, dann hast du an der Seite hier so ein bisschen Weiß, du hast das Braun und du hast die rot-weißen Segel. Dieses Gesamtbild, und ihr seht das ja jetzt, dieses Gesamtbild wirkt richtig gut. Das ist wie ein Piratenschiff aus so einem, aus so einem Märchenfilm. Und es wirkt vor allen Dingen noch besser. Ja, Andi hat noch was mitgebracht, äh, zum Vergleich. Wenn man sich dieses Set dazu nochmal anschaut, das ist die Caribbean Clipper, das ist das Schilf der Imperial Soldiers daneben, in einem anderen Farbschema mit Weiß-Blau, checkt auf jeden Fall das Video aus. Ist auch nur ein Zweimaster, hier auch, aber hier ist zum Beispiel nur ein Mast, ein Mast ein bisschen kleiner. Hier haben wir auch keinen so langen Rumpf, das ist nur ein Mittelteil. Im Gegensatz, da hast du drei. Hier sind zwei Kanonen drin. Hier ist zwar Platz für vier Kanonen, es sind auch nur zwei drin. Da hast du insgesamt schon vier Kanonen drin, also zwei pro Seite. Das hier ist definitiv, ja, unterbewaffnet. Im Gegensatz zu dem, es spielt aber in Gänze betrachtet sehr gut rein. Wir hatten das Gouverneurskastell angeguckt. Die uneinnehmbare Festung quasi. Gegen das größte Landset der Piraten, das Piratennest, was wir gesagt haben. Das ist eher rudimentär, im Gegensatz zu dem Gouverneurskastell. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auf See sieht es dann genau andersrum aus. Also an Land sind die Kolonialsoldaten viel, viel stärker unterwegs. Ja. Auf See die Piraten viel stärker unterwegs. Genau, beziehungsweise es gibt ja auch die Möglichkeit, oder damals die Möglichkeit, sich dieses Schiff einfach zweimal zu holen. Wir haben natürlich hier verschiedene Schiffsklassen. Ich bilde mir auch ein, in einigen deutschen Katalogen sowas gelesen zu haben, wie das ist eine Kogge. Genau, Gouverneurskogge. Und das ist eine Brigantine oder so, stand da, glaube ich. Zweimastbark oder was weiß ich, steht da manchmal. Das heißt, das sind komplett unterschiedliche Schiffsklassen. Aber wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, man holt sich zwei oder drei von diesen Koggen und hat auf dem Fußboden oder auf dem Teppich vom Kinderzimmer da so ein Szenario, wo du dann dieses große Piratenschiff hast und hast zwei oder drei davon drumherum, dann sind Spielwelten, also da geht ja halt komplett die Fantasie mit einem durch. Aber in den Genuss sind wahrscheinlich auch noch die allerwenigsten gekommen. Wahrscheinlich. Weil das war auch nicht gerade günstig. Aber wie Andi schon sagt, da gab es ja noch das Gouverneurskastell. Kannst du dir natürlich auch vorstellen, das steht da. Diese Gouverneurskogge ist da in der Nähe und aus der Entfernung taucht dann plötzlich das große Piratenschiff auf und dann hast du sozusagen in etwa ein ausgeglichenes Bekräfteverhältnis. Ja, also im Gesamtbild ergibt das einen guten Sinn. Es ist dann tatsächlich sehr stimmig. Ja, genau. Und für sich allein gesehen ist das hier wohl nicht umsonst das Finale, nicht umsonst das größte Set, sondern wahrscheinlich auch eher wirklich, Achtung, ganz flacher Wortwitz, das Flaggschiff. Das Flaggschiff. Aus dieser ersten Welle. Richtig. Und ich habe mir fest vorgenommen, zeitnah ein paar coole Bilder zu machen und zeitnah auch einen Blogbeitrag online zu bringen. Wird wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht da sein, wenn das Video online geht. Es kommt aber darauf an, wann du das Video guckst. Wenn du es im halben Jahr guckst, dann kann auf steckkastencrew.de durchaus schon ein Blogbeitrag online sein. Denn in so einem Blogbeitrag haben wir natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, euch auch jedes Detail zu fotografieren. Und ich werde das auch so ein bisschen inszenieren mit so einem bunten Hintergrund und so blauer Pappe, dass das aussieht, als wäre das auf dem Wasser. Und da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Definitiv. Ja. Highlight. Absolutes Highlight. So, dann hole ich die OVP nochmal hoch. Und ja, wir sagen einfach mal, ich hoffe, ihr hattet eine coole Zeit. Bleibt entspannt. Bleibt auf Empfang. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder. In diesem Sinne, liebe Freunde. Bye, bye. ... Wir sehen uns schon. In diesem Sinne, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.